Generative KI ist aus der Content-Erstellung nicht mehr wegzudenken, aber sie bringt auch Herausforderungen mit sich. Halluzinationen, keine exakte Zeichenzahl, fehlende Expertise und Erfahrung. Deshalb zeige ich dir in dieser Folge 5 Prompts, die dir helfen, diese Probleme zumindest teilweise zu lösen und Content-Strategisch, aber gleichzeitig auch effizient umzusetzen. Viel Spass! Die Prompts sehen wir uns heute in Google Gemini an. Das hat zwei gute Gründe. Einerseits bekommt Google Gemini meiner Meinung nach zu wenig Screentime für das, was das Tool kann und andererseits hat ChatGPT heute katastrophale Performance-Probleme bzw. funktioniert seit einer Stunde gar nicht. Nummer 1, dieser Prompt dient dazu, Halluzinationen und Fehler in Ausgaben zu reduzieren. Wir sehen uns jetzt immer alles verpackt in einem Beispiel an, damit du den maximalen Mehrwert hast und genau weißt, wie das Ganze dann auch in der Praxis aussehen kann. In Gemini sehen wir jetzt hier den Prompt. Überprüfe, was du gerade erstellt hast. Gibt es Stellen, an denen du fehlerhafte Informationen oder Halluzinationen eingefügt hast? Denke gründlich darüber nach und liefere mir dann eine korrigierte Version. Wenn du dir unsicher bist, rufe externe Quellen ab, um Informationen abzugleichen. Ich glaube, es ist relativ klar, warum wir diesen Prompt machen. Wir schreiben etwas und bekommen dann eine erste Version in ChatGPT Canvas oder in Google Gemini direkt in der Konversation und dann schicken wir diesen Prompt, damit der Chatbot diese Ausgabe kontrolliert, vielleicht gewisse Aussagen nochmal mit externen Quellen abgleicht und uns dann eine Empfehlung gibt, was man sich vielleicht nochmal anschauen sollte, beziehungsweise Sachen direkt verbessert. Hier gleich ein Beispiel. Es ist ein wahnsinnig vereinfachtes Beispiel. Ich habe jetzt nicht speziell einen Text für euch zusammengestellt. Ich habe einfach gefragt, schreibe mir einen Blogbeitrag über Golf für Anfänger. Dann habe ich hier diesen kurzen Text, Blogartikel bekommen und dann eben genau unseren Prompt. Und dann, du hast recht, da, da, da. Es ist ein fehlerhafter Link drin. Er kann nicht über Golfklubs in deiner Nähe schreiben, weil er nicht mal weiß, wo dein Standort ist und so weiter. Und dann kriegst du eine überarbeitete, beziehungsweise korrigierte Version dieses Blogbeitrags. So, dann kommen wir zum nächsten Prompt, die Nummer zwei. Hier geht es mehr um die allgemeine und etwas komplexere Qualitätssicherung. Das andere war wirklich mit Fokus auf fehlerhafte Informationen und Halluzinationen. Natürlich kannst du alles kombinieren, aber jetzt mal ein allgemeinerer Prompt, um die Qualität von etwas zu sichern. So, wir sind also in der gleichen Konversation und dann haben wir diesen sehr umfangreichen Prompt, den ich jetzt nicht weiter im Detail vorlesen werde, weil dafür ist deine Zeit zu schade. Du kannst ihn ja einfach rauskopieren. Hier geht es einfach darum. Es ist wieder ein Follow-Up-Prompt bei der Content-Erstellung, den du bei ChatGPT, den du bei Google Gemini etc. verwenden kannst, um zu prüfen, ob die ursprünglichen Anweisungen tatsächlich befolgt wurden. Weil es ist sehr oft so, sagen wir mal, du schreibst einen Blogartikel und dann sagst du, hey, prüfe das nach unserer Markenstimme, dann wird es oft so sein, vor allem wenn ChatGPT zum Beispiel Performance-Probleme hat, dass er gewisse Stellen ausbessert, aber auf andere Aspekte vom Text wendet er es nicht an. Und mit diesem Follow-Up-Prompt sorgst du dafür, dass er es dann wirklich überall anwendet. Wie gesagt, manchmal ist ChatGPT faul und Google Gemini, nein, auch das müssen wir umgehen. Und das ist etwas, was man immer verwenden kann, dass er sich das Ganze nochmal anschaut, dass er dann es korrigiert und so weiter. Es ist dann unterschiedlich, was zum Beispiel ChatGPT macht. Manchmal kriegst du gleich wirklich eine Liste mit Sachen, die er machen würde und du sagst, hey, bitte implementiere erstens, drittens und fünftens oder er schreibt dir Kommentare rein. In Gemini sieht der Output dann so aus, dass er sagt, okay, er überprüft die Anweisungen, vergleicht es mit der Ausgabe, die er geliefert hat, identifiziert die Abweichungen, liefert dir einen Plan zur Behebung der Probleme und dann implementiert er die Korrekturen. Sehr, sehr hilfreicher Prompt, den du natürlich mit den Halluzinationen-Prompt kombinieren kannst, aber zu veranschaulichen, was auch wichtig ist, wenn Prompts sehr umfangreich werden, dann kriegst du wieder das Problem, hat er dann hier wieder alle Anweisungen befolgt, weil es wird immer schwieriger nachzuprüfen. So, drittens, dieser Prompt dreht sich darum, dass Gemini oder ChatGPT dir einen Output mit einer exakten Zeichen- oder Wortzahl liefern. Das ist, glaube ich, ein superklassisches Problem, wo man sagt, hey, ChatGPT liefert mir YouTube-Vorschläge für Titel, der Titel darf maximal 60 Zeichen sein und du denkst, ja, jetzt liefert er mir Titel, die diese Länge einhalten. Nein, macht er nicht, du bekommst einfach random irgendwas. Springen wir kurz in Gemini rein, wie das aussieht. Und zwar, du kannst sagen, setze die Länge der Titel auf zwischen 40 und 60 Zeichen. Hier kannst du auch eine genaue Anzahl angeben. Hintergrundoperation, bevor du die Zeichen zurückgibst, liste sie für dich auf und zähle sie mit der LEN-Funktion im Datenanalyse-Tool. Falls die Anzahl nicht stimmt, wiederhole den Schreibprozess, bis das Ergebnis korrekt ist. Das ist jetzt ein klassischer Prompt, der wirklich geschmiedet ist für ChatGPT. Er funktioniert aber offensichtlich auch in Google Gemini. Man sieht es hier eh, mein Beispiel. Ich arbeite gerade an einem YouTube-Titel für ein Video über dieses Video und er soll mir Titel generieren. Dann kriegst du diese Ausgaben und dann machst du diesen Prompt dazu und dann liefert er dir die Titel, die da reinpassen, mit einer Zeichenanzahl. Funktioniert unglaublich gut und löst dieses Problem. Du kannst es auch auf andere Sachen anwenden, wie eben, du musst nicht eine genaue Zeichenanzahl sagen, du kannst auch eine Range sagen, du kannst auch Wortanzahl und so weiter. Dann funktioniert das Ganze wunderbar. So, gehen wir zum nächsten Prompt und zwar die Nummer 4 und das ist meiner Meinung nach ein trivialer Prompt, aber der Ansatz dahinter ist so cool und den verwenden eben so viele nicht. Nämlich, dieser Prompt hilft dir deine Expertise und deine Erfahrung in Content einfließen zu lassen. Ein extrem gutes Beispiel bin ich. Ich bin nicht gut darin, meine Gedanken auf Papier zu bringen, auch wenn ich sehr viele Gedanken habe und deswegen sind so Google Gemini und ChatGPT mein Go-To-Ding, um Sachen auszuformulieren. Und ich mache ja keinen Prompt, der sagt, hey, schreibe mir einen Artikel über das, sondern ich will ja meine Meinung, meine Erfahrungen, meine Expertise in diesen Content einbringen. Und der Prompt, den wir uns hier anschauen, der ist sehr trivial, hier in Gemini. Wir schreiben einen Blogartikel über Optimierung für ChatGPT. Da hat Google Gemini oder ChatGPT, ist egal, das Tool hat keine Informationen darüber, weil in die Trainingsdaten ist da nichts. Es gibt extrem wenig Content zu dem Thema. Du kannst nicht schreiben. So. Deswegen schreibe ich, bevor du beginnst, stelle mir alle Fragen, die du zu diesem Thema hast, damit ich dir mehr Kontext geben kann. Sei dabei sehr umfassend und ich habe das jetzt noch spezifiziert, damit es für euch auch klarer ist, meine Meinungen, Erfahrungen, Experteneinblicke, damit er genau weiß, welche Fragen er mir stellen soll. So. Und dann kriegst du das, dass er dir jetzt nicht gleich irgendwas hinklatscht und dann versuchst du das, was vielleicht nicht so gut schon ist, mit deinen Erfahrungen und so weiter zu verbessern, sondern du startest wirklich grundlegend und dann fragt er dich wirklich interessantes Sachen. Hey, grundlegendes Verständnis, Zielgruppe, jetzt würde ich von uns die Zielgruppe reinkopieren als PDF, dann Ton und Stil, dann würde ich die Markenstimme reinkopieren und so weiter und dann würde ich eben diese ganzen spezifischen Fragen wie, welche Rolle spielen Keywords und Themencluster bei der Optimierung für ChatGPT, wie können Marken JGPT nutzen, um ihre Markenbekannte und E-Mage zu stärken. Dazu gibt es keinen Content, das heißt, da muss ich ihm jetzt meine Notizen geben, aber ich brauche eigentlich ihm nur Notizen zu liefern und dann wird er was liefern, was ja tatsächlich Expertise, meine Expertise und meine Erfahrungen aus diesem Bereich. Und so kannst du sehr effizient auch selbst ohne jemanden sonst Content kreieren, der was Expertise und Erfahrungen erhält, auch wenn du nicht so gut darin bist, selbst zu schreiben. Simpler Prompt verwenden wir schon seit Ewigkeiten. Natürlich kann es dann sein, dass man das nur runter machen muss, dass da ein Mensch nochmal involviert sein muss. Logischerweise, ChatGPT und Google Gemini liefern jetzt nicht herausragend Content, aber du hast was schnell zu Papier gebracht, was tatsächlich von Wert ist. So, und dann kommen wir zu Nummer 5 und das ist eigentlich kein Prompt, sondern das ist ein Prompt Builder, den ich schon mal ganz beiläufig in einem Tool gezeigt habe. Der ist jetzt vor allem eher, wenn du noch erste Schritte machst mit solchen KI-Tools. Es zeigt dir sehr gut, wie ein Prompt aufgebaut sein sollte, damit dann rauskommt, was du haben willst. Dieses Beispiel, was du jetzt hier siehst, ist meiner Meinung nach schlecht, weil hey, Research Keywords incorporate them naturally into the content. Das ist natürlich Blödsinn, weil weder Google Gemini noch ChatGPT können Keywords recherchieren, weil sie diese Daten obviously nicht haben, aber es zeigt dir, du musst dir halt immer überlegen, welche Informationen, also was ist in den Trainingsdaten von ChatGPT und Google Gemini und was kann es dann machen, wenn du ein Prompt machst. Aber es ist ein guter Aufbau generell für Prompting. Ist jetzt auf Englisch, aber in KI-Zeiten, in generativen KI-Zeiten ist es sowieso egal, in welcher Sprache es ist, weil who cares? Und damit sind wir am Ende. Ich hoffe, diese praktischen Beispiele helfen dir weiter, deine Content Workflows weiterzuentwickeln, bessere Outputs zu bekommen und schneller ein Ergebnis zu haben, was man seiner Zielgruppe tatsächlich zumuten kann. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.